Herzlich willkommen hier im Radio Duisburg Biergarten. Wir haben uns hier ein bisschen was aufgebaut. Wir haben uns schön gemacht, ne Jana? Ja, wir haben versucht, das Beste rauszuholen. Schön ist anders, aber naja. Ja, wir brauchen definitiv was Schöneres als das hier. Ihr seht es. Das Attraktivste, was wir hinter uns haben, ist dieser Baukran da. Wir testen diese Woche Duisburger Biergärten, die richtig schönen. Nicht sowas hier, was wir uns aufgebaut haben. Wir starten heute Abend in Duisburgs Lindenwirt hin. Wir sind sehr gespannt, wie es wird. Ihr seid herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Ja, viertel nach sechs sind wir da. Also kommt vorbei, wenn ihr Lust auf ein Bierchen habt. Klar, Wetter ist nicht das Beste, aber wir machen das Beste raus.